Ja, hier ist euer Marc Quart und in dem Video werden wir über das große Dilemma von Frauen im 21. Jahrhundert reden und wie ihr es schafft, als Mann dieses Problem zu lösen. Fangen wir mal damit an, was Frauen überhaupt suchen, was Frauen überhaupt wollen, nach welchen Charaktereigenschaften sich Frauen in Männern überhaupt sehnen. Und wenn ihr da ein bisschen in die Tiefe geht, ein bisschen nachschaut, dann werdet ihr feststellen, dass Frauen an sich bei Männern zwei sehr, sehr unterschiedliche Typen suchen. Frauen wollen auf der einen Seite diesen, ich sag mal, testosterongesteuerten Hulk, ich sag mal Hulk-Smash, der sie einfach packt, der sie aufs Bett wirft, der sich nichts sagen lässt, der einfach macht, was er möchte, der sie ordentlich durchfickt, der, weiß ich nicht, vielleicht schön groß, breit, muskulös ist oder irgendwie sowas, wie man sich halt das typische Klischee vorstellt. Auf der einen Seite sucht sie diesen Typ und auf der anderen Seite suchen Frauen aber, einen komplett anderen Typ mann, nämlich diesen netten, lieben, höflichen, charmanten Typ, der ihr die Tür aufhält, der sie aufs Essen einlädt, der ein gutes Produkt ist, der schlau ist, der herzlich ist, der zärtlich ist, der sich gut um Kinder kümmern kann. Und ich möchte mal behaupten, dass diese zwei Charakterzüge oder grundlegende Charaktereigenschaften sehr, sehr unterschiedlich sind und dass es sehr, sehr wenige Männer gibt, die diese zwei Bedürfnisse oder diese zwei Attribute, nach denen Frauen und Männern suchen, gleichzeitig erfüllen können. Ihr werdet relativ viele Männer, wenn ihr viel rausgeht, werdet ihr vielleicht viele kennenlernen und ich sage halt, das eine wäre so der typische Bar-Keeper, ja, der, ich sage mal, nicht das beste Produkt ist, aber der halt jede Menge Sex hat mit jenen Mengen hübschen Frauen, aber der vielleicht Probleme hat, Frauen langfristig an sich zu binden. Und der ist dann natürlich immer dieses Arschloch, das mit Frauen Sex hat, wo Frauen selber überhaupt nicht verstehen, warum sie mit ihm überhaupt Sex haben, weil er danach halt gleich die Nächste knallt und sie dann natürlich wieder sauer auf ihn sind, ja. Auf der anderen Seite gibt es dann diesen netten, lieben Student, der vielleicht ein bisschen zu viel Zeit an der Uni verbracht hat, ja, das kann, der kann Medizin studieren, der kann Jura studieren, vielleicht irgendwas Naturwissenschaftliches, einfach jemand, der eher nett ist, der sich nicht so viel sozialisiert, ja, der viel Zeit vor irgendwelchen Büchern in der Bibliothek lernt. Und solche Männer haben tendenziell eine ganz andere, oder ganz andere Charaktereigenschaften, ja. Die sind eher ein bisschen netter, eher ein bisschen höflicher, vielleicht ein bisschen zärtlicher, ja, die gehen nicht so viel raus, die lernen nicht so viele Männer kennen. Und das Interessante an der ganzen Sache, äh, nicht so viele Frauen kennen, das Interessante an der ganzen Sache ist, dass Frauen mit jedem Typ für sich sehr unzufrieden sein werden, ja. Ja, ähm, ich sag mal, der nette Boy, ja, das ist halt der, der ist immer irgendwo da für sie, der streichelt sie immer, wenn sie mal wieder mit einem Arschloch Sex hatte, oder sie das Arschloch nicht mehr sehen möchte. Und, ähm, das ist vielleicht das, wofür sie sich später mal entscheidet, aber das ist nicht wirklich das, was sie sexuell attraktiv, was sie sexuell anziehend findet. Auf der anderen Seite, ja, den, äh, den Char, wenn ihr so wollt, ja, der, ähm, hat halt Sex mit ihr, den mag sie, auch den steht sie richtig, ja, da wird sie feucht, ähm, äh, bestimmte Eigenschaften, die er hat, äh, gefallen ihr und diese, diese maskuline Energie zu spüren, das mag sie, aber, ähm, ähm, aber sie weiß genau, dass es mit ihm wahrscheinlich längerfristig, äh, nicht sein wird, und, ähm, dass er sie betrügt, wenn ihr so wollt, mit anderen Frauen, und dass sie in dem Sinne für ihn nichts Besonderes ist. Und das Schwierige ist jetzt als Mann, ja, dass du es schaffst für dich oder auch für deine Frauen, diese beiden Charakterzüge, diese beiden unterschiedlichen Eigenschaften in dir zu vereinen, ja. Du möchtest letztendlich, ähm, auf eine Frau von Anfang an attraktiv wirken, ja, du willst sie irgendwo kennenlernen, ihr wollt sehr früh Sex haben, weil Sex, äh, von der Frau her gesehen, normalerweise einfach das größte Investment ist, ja, für, für dich, äh, als Mann. Und, ähm, du willst aber auch der schlaue Typ sein, ja, der einen guten Job hat und sich gut um sie kümmern kann, der langfristig für sie attraktiv ist, weil nur so schaffst du es halt auch, diese qualitativ hochwertigen Frauen immer und immer wieder in dein Leben, äh, langfristig zu integrieren, ja. So schaffst du es, dass, ähm, die sich nicht nach einem anderen umschauen und dass sie einfach voll und ganz zufrieden mit dir sind. Und, ähm, die Aufgabe für dich liegt jetzt erstmal zu identifizieren, hey, äh, äh, wo laufe ich in Gefahr, dass ich halt eher der oder der Typ bin, ja. Bin ich eher der, der lange studiert hat, der zu viel Zeit an der Uni verbracht hat, der eher so ein bisschen nerdig ist, der gerne Bücher liest, der, ähm, nicht so viel rausgeht, oder bin ich eher der Typ, der sich halt einen Fick denkt, ja, der, äh, meinetwegen Probleme bei der Lead Retention Rate hat, heißt, der immer wieder, der halt viel Sex hat mit Frauen, aber der, der langfristig wenige an sich binden kann, ja. Und solche Männer gibt es auch, ähm, es ist ganz interessant, immer Männer kennenzulernen, die total gut aussehen, ähm, die wahnsinnig muskulös sind, braun gebrannt, aber die es halt sehr, die es halt einfach nicht hinbekommen, um Frauen langfristig an sich zu binden, eben weil Frauen da auf andere Charaktereigenschaften aussehen, ja. Ja, man sagt immer so, die Frau möchte für, für ihren Nachwuchs, ja, als Gene, eigentlich möglichst männliche, möglichst, möglichst maskuline Männer haben, aber die Frau will dann wirklich, ähm, äh, auf der anderen Seite auch jemanden, der sich um sie kümmert und der mit ihr bereit ist, den Nachwuchs aufzuziehen und der treu an ihrer Seite bleibt und auf den Verlass ist, ja. Und, ähm, wenn du die Frau, wenn du Frauen wirklich glücklich machen willst, dann versuch diese beiden Eigenschaften, diese beiden sehr unterschiedlichen Eigenschaften in dir zu vereinen, ja. Sei auf der einen Seite der Typ, den sie wirklich sexuell attraktiv findet, ja, ähm, mit dem sie relativ früh ins Bett geht, der sie einfach, ähm, der sie einfach ihre, seine maskuline Energie spüren lässt, ja, der, ähm, der, der, der einen sehr männlichen Eindruck auf sich macht, ja, der sich nicht alles gefallen lässt, der ihre Grenzen aufzeigt, der sie, der sie ab und zu über sie lustig macht, der sie ein bisschen neckt, mit dem sie Spaß haben kann, der Sex nicht zu ernst nimmt und sei auf der anderen Seite der Typ, ja, der, ähm, der ein gutes Produkt ist, der schlau ist, der, ähm, was gelesen hat, der, ähm, auf seine Karriere aufpasst, ja, der was aus sich macht, der nicht, äh, jedes zweite Wochenende irgendwie betrunken ist oder Drogen nimmt oder sonst was und schau einfach, dass du diese beiden Qualitäten so gut wie möglich in dir vereinigen kannst und ich garantiere dir, dann wirst du langfristig guten Erfolg haben mit Frauen, ja, Frauen, egal was sie sagen, ja, sie sind immer, sie wollen immer beides haben, ich sag mal, ähm, sie wollen diese eierlegende Wollmilchsau als Mann haben, ja, am besten jemand, der halt alle Qualitäten gut in sich vereinigen kann und, äh, das ist genau die schwierige Challenge an dich, ja, ähm, dass du, äh, je nachdem, in welche Richtung du eher tendierst, dass du dir halt was von der anderen Richtung abschaust und wenn du das hinbekommst, dann bist du, äh, auf dem richtigen Weg, ja, dann, ähm, kannst, dann ist es, dann ist es kein Problem für dich, potenziell wirklich guten Erfolg zu haben mit Frauen, wenn du mehr möchtest, ja, wenn du sagst, hey, ähm, du willst deine Lernkurve extrem verkürzen und du hast es einfach satt, äh, dir, äh, viel rauszugehen und immer wieder deinen Kopf gegen die Wand zu hauen, dann kannst du mal über ein Bootcamp mit mir nachdenken und, ähm, ich sag mal, ein Bootcamp, äh, ist ein 3-Tages-Hardcore-Programm, ja, Bootcamp kommt vom Militär, das ist kein Kindergarten und ich möchte auch auf meinem Bootcamp nur wirkliche Männer haben, die sehr, sehr dedicated sind, ja, ja, denen das wirklich was wert ist, die wirklich sagen, hey, mir ist es wichtig, ja, ich bin bereit, da meine Zeit, da meine Energie reinzustecken, ich möchte mich in diesem Thema verbessern, ja, für mein persönliches Glück ist das wichtig, ähm, dann könnt ihr zu einem Profi wie mir gehen, ja, ich habe, äh, tatsächlich sogar andere Männer in diesem Beruf ausgebildet, ja, die sich als, ähm, ja, Flirtcoaches mittlerweile sehr erfolgreich selbstständig gemacht haben, solche Leute habe ich gecoacht, ja, ich habe, äh, ich coach vor allem gerne Männer, die ein gutes Produkt sind, soll heißen, die schon irgendwas gemacht haben in ihrem Leben, ja, die schon irgendwas geschafft haben und die einfach wissen, ähm, Getting Good With Girls sozusagen ist nichts anderes als ein Skillset, das man lernen kann, soll heißen, es ist nicht unmöglich, ja, es erfordert viel Zeit, viel Energie, viel Nerven, aber ich kann mich drin verbessern und ich kann richtig, richtig gut werden. Ich hätte mir damals auch nicht vorstellen können, als ich vielleicht 19 Jahre alt war und noch Jungfrau, dass ich, ähm, mit 27, mit mehreren 100 Frauen geschlafen habe, ja, dass ich wahnsinnig tolle Frauen kennengelernt habe, dass ich das Glück hatte, auch, ähm, so viele, ja, schöne und tolle Frauen kennenzulernen und, ähm, das ist eine Sache, die kann ich dir vermitteln, ja, die kann ich dir zeigen, das ist ein Problem, das man lösen kann, wenn man so möchte. Ähm, ich habe einen sehr, sehr rationalen Approach, würde ich sagen, das heißt, ich zeige dir, ähm, ja, ich gebe dir keinen Bullshit-Pep-Talk wie Tony Robbins oder so, sondern ich sage dir einfach, wie es ist, ich sage dir, was du an dir ändern musst, damit du richtig guten Erfolg hast und ich sage mal, ähm, ja, Pickup ist nichts anderes als die Schnittstelle zwischen Psychologie und Kommunikation und genau das werde ich euch vermitteln. Wenn ihr Lust drauf habt, ja, wenn ihr Bock darauf habt, geht auf meine Website datingadvice.de slash bootcamp, ähm, schedule mir einen Call, ja, dann reden wir ja nur über dich, ungefähr, meistens so eine Stunde lang, ja, über deine Geschichte, über deine Ziele. Am Schluss können wir ja über mein Bootcamp reden und dann sehen wir, ob wir ein Fit füreinander sind, ja. Geh auf meine Website, bewirb dich, du wirst es nicht bereuen und, äh, bis zum nächsten Mal, ciao, euer Marc.